hallo und herzlich willkommen zurück hier bei parktry new dawn wir müssen hat man nicht so laut wir müssten hier theoretisch hier und hier mal einnehmen und da mal einnehmen und dann dass man auf stufe 2 alles machen wir müssten hier noch ratio holen und weiß nicht wird gern mal so eine expedition machen weshalb nur nicht wie viel das kostet jetzt können du tun was wir am besten können die ressourcen klauen also die highwaymen haben das wrack eines flugzeugträgers gefunden und verstecken dort vorräte die dachten sie könnten das geheim halten nicht vor was immer die gefunden haben wird auch gut für uns sein denke ich mal auch was meinst du sollen wir sie besuchen gehen und dann vielleicht einen strandspaziergang nachdem wir sie ausgenommen haben klar ich konnte die notiz lesen auch öffnen warum nicht da geht also unsere erste expedition hin schlecht ich bin die Viel Glück für Richt und dem Paket ist ein GPS sender. Die Auemann werden ihm über allen folgen. Bonne Chance! Wollen wir mal? Was hab ich denn so dabei? Das Gewehr hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. So. Das sind die. Alter. Oh, er hat ihn jetzt erledigt oder was? So. Gehen wir hier mal ganz nekel lang. Was? Shit. Das macht die Musik aus! Such weiter, wer wir hier unter haben! Wenn er sich nicht bewegt hier. Das perfekte Lied. Das ist gut. fahr ich mit dem auto zurück oder muss glaube ich mit dem auto am besten zurückfahren also steh ich mir das gleich schon mal hier hin geh schon mal zurück so Also okay jetzt geht jetzt muss ich auch noch so woanders hin ja 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 Ich sehe dich, Arschgesicht. Jetzt stirbst du! Alter, ich konnte als kein Erste-Hilfe-Set verwenden. Was war denn das? Ich hoffe, mein Typ kommt mal. Konzentriert das Feuer auf den Heli! Hebt mich auf, Junge! Geh runter! Geh runter! Ich bin läppig schneller wieder, Mann! Schnell einsteigen, ey! Alter, das war ja knapp in unserer ersten Expedition, ey! Uiuiui! Gerade so geschafft, ey! Der Typ ist echt gut! 300 Titan! Alter, wir machen noch eine! Da bist du ja! Du bist Rekut! Ich tue mein Bestes um meinen Beitrag! Wir machen direkt noch eine! Ja! 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 aber ist das was du machen mit der seite noch mal um selber töten wenn getötet werden kann ich denke ich habe das dann schüsse hin so 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 Okay. What? 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 Nice! Nice! Brutus! Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich hoffe jetzt kommt mein Typ endlich mal hier angelaufen. Oh, ich stecke im Boden, na klasse. Oh, ich stecke im Boden, na klasse. Oh, ich stecke im Boden. Oh, ich stecke im Boden. Oh, ich stecke im Boden. Komm schon! Komm schon! Äh, keine Chance, Alter. Von überall. Wie soll ich den... Wenn du da entdeckt wirst, am Anfang hast du verloren. Eieiei. Kann man die jetzt abbrechen? Ich wollte ja eigentlich die andere machen. Aber es wird ja wohl einfach nichts. Letzte Chance, deine Ausrüstung zu checken. Ja. Es ist Zeit. Der Herrsche getreten. Schnapp dir das Paket, dann hol ich dich ab. Wir sehen uns später. Vorricht! An dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Aue-Männer werden ihm überall folgen. Bonne Chance! Ja. 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 Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, aber dieses Auto ist überhaupt nicht kaputt gegangen gerade, ne? Alter, kann ich das jetzt nicht abbrechen? Ja gut, ich werde halt sagen, das war es von dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, Like, Kommentieren, was ich verbessern kann, Abonnieren, damit ihr auf den anderen Sternen bleibt, bis dann, haut rein!